Ja, jetzt geht die Krippe wieder omen an und holt sich die Leute im ganzen Land. Jetzt an Weihnachten, da ist besonders schlimm, weil da bleibt keiner daheim und keiner drüben. In jedem Geschäft werden sie Bühnen verteilen und ab Christkindl macht man zählen, um ein anderes Bein, die werden ja nix. Und jetzt hocken sie wieder, schneiden sie im Büro und sie sind ganz schön wegen des Schädelwehs und so. Doch immer wieder kommen sie aus den Lähen heraus und begegnen wir, obwohl sie mir so viel graust. Und jetzt an Heiligabend ist besonders schlimm, weil da hockt keine Sohle in der Kirche drin wie die Ratsglocken, Ratsglocken, Ratsglocken. Ja, da kommst du mir nicht locken, in die Kirche wo die Ratsglocken hocken, in die Kirche wo die Ratsglocken hocken. Oh, die Schägemann hat bloß im Fernsehen hocken. Ratsglocken, Ratsglocken, Ratsglocken. Ratsglocken, Ratsglocken Und jetzt hocken sie wieder, schneiden sie im Büro, oder sie sind gerade schon wegen des Schädelwehs und so. Doch immer wieder kommen sie aus den Lähen heraus und begegnen wir, obwohl sie mir so viel graust. Und ein Heiligabend ist besonders schlimm, weil da hocken sie alle in der Kirche drin wie die Ratsglocken. Ratsglocken, Ratsglocken Ja, da kommst du mir nicht locken, in die Kirche wo die Ratsglocken hocken, in die Kirche wo die Ratsglocken hocken, in die Kirche wo die Ratsglocken hocken. Oh, die Schau, wie man da bloß im Fernsehen an. Oh, da kommt's really drauf, wenn die Kirche vor die Ratskloppen hopp. Oh, da kommt's really drauf, wenn die Kirche vor die Ratskloppen hopp. Oh, die Schau, wie man da bloß im Fernsehen an. Ratskloppen, 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 Ratskloppen.